Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Start endlich mal wieder eine Folge endlich mal wieder ein Video endlich mal wieder Minecraft Start hier ich hab hier noch ein Haus gebaut das zeige ich euch mal eben die Straße hier weiter gebaut um ich zeige euch mal eben dieses Haus das ich gebaut hab und ihr dürft auch immer mitspielen wenn ihr wollt die Kuh lass ich da erstmal also ja hier unten ist jetzt nix krasses das ist übrigens das Nachbarnhaus wie könnten auch die beiden Häuser verbinden aber nee es hat hier die Kunde dann haben wir hier großen Esstisch hier Bücherregale paar Bilder hängen hier Garage um diese Tops da und die wird zu hier hofft es dann trotzdem naja muss ich immer noch machen mit euch egal muss halt die Familie selber entscheiden ob sie sich hier ein zieht um so dann hier ist keine Tür egal es ist auch nur so ein kleiner Lagerraum von Bichern dann geht's hier hoch ja zwei Betten ein Fernseher kann aber kommen ganz fein da sind die Nachbarn hier kann man übergrillen Nachbarn können rüberkommen wollen dann geht's hier zu einem kleinen Dach Pool soll immer so das war dann das Haus hier wollte ein Kumpel von mir noch gut die Karten noch nö Garage machen zu Autos fahren die an diesem Museum werde ich immer weiterbauen wenn ich auf anderes kann ich gar nicht Bock hab so genau wie bei der Villa erstmal brauche ich dieses Haus weiter und dann möchte ich nennen Burger King oder McDonalds bauen um ich bin hier hier von Stufen nehmen und dann die hier verbaut hier das soll hier aber nur so ein kleines Haus werden in ohne also hier oben soll kein Stock hin das kann jetzt falsch also hier oben soll man hier oben soll kein Raum mehr hin nur so einer nur so einer und hier machen wir so ein Dach ja da oben haben wir auch so ein Dach ähm ja hier mache ich das ein bisschen anders hier will ich drei Stück hoch machen und dann ein Schlachter so das ist der letzte so und dann soll das hier ein Flachdach noch werden außer hier von drei hier ja ja so 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 ich bin ich bin nur noch ein bisschen krank vielleicht um kommt noch ein auf den Stream heute Abend auf jeden Fall auf jeden Fall so 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 ja in eine Richtung will ich jetzt hier nicht mehr machen wenn ihr mit spielen wollt könnt ihr das machen dann wäre es geil wenn ihr mit mir wenn ihr statt mit mir spielt dass ihr dann vielleicht hier in Richtung macht so ich wollte jetzt hier eigentlich nur mal kurz etwas holen so facken da die können weg hier und hier müssen jetzt kein Garten machen für mich das soll halt die kleine Bude Säune so ich hab gesagt keine in eine Richtung passt jetzt trotzdem so eine kleine aber den Rest kann jemand anders gemacht werden so ganz einfach gemacht Leute ähm ne Tür ja nimm mal einfach Eichnolz Tür zack und dann haben wir aus ja und Leute das hier ist halt die Straße hier ist halt das Ende von der Straße ähm ja schöne Straße ne so die die oder ein zu viel ich weiß dass es langweilig ist aber auch es muss auch getan werden ne und bevor ich dann hier gar nichts mehr hochladen alles offen machen ist ja auch nicht geil so 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 gut das die muss auch das ist eigentlich genau andersrum und es ist gar nicht so schlimm so dann machen wir das mal eben ganz schnell so 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 ja aber ich lasse das erstmal so so ja was können wir jetzt hier noch machen hier vielleicht eine kleine Frittenbude eben hin also keine Frittenbude sondern so ein kleines Geschäft so ein klein Minimarkt wisst ihr ähm kein Meckes oder so sondern so ein klein Minimarkt na ja wir bauen hier so ein Markchen oder warte ne wir bauen hier mal eine Fußgängerzone hin so die kleine fußgänger zu oder nee man muss hier parken hier und dann machen wir dann freizeitpark so oder nur ein paar achterbahnen einfach so fünf stück oder hier geht es zum bahnhof genau hier ja besser ist glaube ich hier gibt es ein U-Bahn Strecke und ja noch mal nur U-Bahn im Kies 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 bis dahinten hin und dann zack zack das hätten wir mich auch gleich So. So, dann lass die hier bauen, ne? Da geht's ja schon zum Grundstein, aber so tief soll das dann auch sein. Stein brauchen wir sehr viel wahrscheinlich für die Wendung so. So, gut, und ne Steintreppe, würd ich sagen. Steinziegeltreppe machen wir mal. So, ja, das war schon mal. Wo mir jetzt nicht aufgefallen ist, ich hab bei diesem Haus, was du rumgezogen. Da, so stufen. So, und hier wird der Gang dann auch enger. Zu nen Zweier. Das hört sich auch falsch an. So, und dann fängt das hier an. So, da, so gehst du an. So, dann gehst du an. So, dann beten wir dich. So, ich hab in deinem kleinen Grafen. So, ich hab in meinen Augen gebraucht. So, jetzt kommt das in den kleinen Grafen. So, dann kommt das auch in den kleinen Grafen. So, ja so, zack. So, da soll dann schon die erste Schiene hin. So, ja so, ja so, ja so, ja so, ja so. So, dann würde ich sagen, brauchen wir einmal Schienen. Schiene, Boosterschiene, ja. So, hier kommt dann einmal Sand. Und dann wollen wir Kaktus. Als ob hier jetzt kein Kaktus ist. Vielleicht mal Dekoration. Ja. Ja. Hä? Wieso kann ich ihn jetzt nicht bauen? Ja gut. Dann kann ich das nicht unterziehen, meine Idee. Schade. Ich muss das gehen. Sand. Ja. Und Kaktus. Braucht er vielleicht Wasser? Na ja, keine Ahnung. Na ja, aber. Nach Stadt werde ich jetzt erstmal nicht so viel weiterspielen. Aber wir sehen uns dann. Ja. 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 Ja.